Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran, herzlich willkommen zurück zu... Nicht zurück zu, was erzähl ich denn da? Und da hätte ich ihn fast... Und er hat ihn versenkt! Das ist mal... Das ist mal eine Introduction zu einem Let's Play, ne? Nein! Verdammt, ich hab mit meinem Wicke hin, guck dir das an! Ich hab ein Hintertor gemacht! Tja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Rocket League, einem kleinen, aber feinen Spielchen... ...indem ein zweites Tor kassieren wird, als wäre es gar nicht so schwer! Wir spielen Rocket League. Mit was ist das zu vergleichen? Ihr seht's ja, wir fahren in ziemlich überdreht schnellen Autos und spielen Fußball gegeneinander. In diesem Fall 1-1-1 und wir hatten gerade so viel Spaß in der letzten Dreiviertelstunde, dass wir uns gedacht haben, da nehmen wir doch mal ein Stückchen was auf. Jawoll! Jawoll! Hey, mal die Richtung! Trottel! So ist es die ganze Zeit mit dem Stinker. Wir wärmen uns jetzt hier auf mit einem geschmeidigen One-on-One. Genau! Und gehen dann raus in die Online-Welt und zocken gegen andere. Und wir hoffen, ihr habt Spaß an den Videos. Wir haben auf jeden Fall Spaß beim Zocken. Und jetzt kassier' ich! Das Spiel ist scheiße! Mach aus! Ich will's nicht mehr spielen! So ein Kack! Schön! Moment mal, jetzt geh ich mal kurz in den Optionen das Zeug hier audiomäßig ein bisschen leiser drehen. Ach was! Äh, so... Noch nicht losfahren, Jell! Das ist unfair! Ach was! Warten Sie, warten Sie, warten Sie! Ich mach das hier alles noch! So, jetzt haben wir mal ein bisschen leiser gemacht hier und jetzt bist du sauer dran, Digga! Och! Ah ja? Och! 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 Du Mist-Sack! Wuhu! Wuhu! Scheiße! So, und jetzt kassierste! Ich hab keinen Boost mehr! Jetzt kassierste! Jetzt kassierste! Jetzt kassierste! Von wegen, Püppchen! B-b-bam! Tschüss! Das darf nicht sein! Ich hab grad einen Wendekreis wie ein Arschloch! Ach, Scheiße! Was mit X-New-Turn? Ey, warte! Hör auf! Du kannst doch nicht einfach fuckeln! Ich weiß, dass ich New-Turn hab, boah! Ich muss erst mal fertig werden! Eigentlich wollte ich ja moderieren! Ich hab immer noch nicht... Ich glaub, ich hab immer noch nicht alle so richtig begrüßt, weißt du? Namentlich und so! Macht nix! Hallo Melissa! Melissa! Und, äh, wie gibt's denn noch so? God Crap! Och! Danubian! Wir haben ja schon aktuell fast 800... Danubi, zum Beispiel! Es gibt aktuell, ja, fast 800, äh... Boah! Hilfe, lass mich hier durch! Ich bin hier der, der ist... Fast 800 Abonnenten! Ja, fast 800, genau! Ahem! Lukas! Die geile Socke, die überall zuguckt, anscheinend! Und schwarzer Kater! Uh! Selbst bei Spielen, die er scheiße findet, guckt er dann einfach zu und sagt, Irgendwie ist das geil! Weiß nicht, solche Leute gefallen mir! Fuck! Knapp, komm, komm, komm! Muff! Oh, ich... Warum ich den Ball halt nicht treffe? Unglaublich! Ich bin auch... Ich eier hier nur... Ja, wenn euch das Ganze gefällt natürlich hier und Spaß macht, dann steht dem Ganzen natürlich nichts im Weg, dass ihr mitspielen könnt. Natürlich heute in der Aufnahme nicht. Ihr wisst ja gar nicht, wann das hier gerade passiert ist. Aber in Zukunft! Und wir können ja streamen! Und das Spiel gibt es diesen Monat im Juli, wenn ihr schnell seid, sogar kostenlos für die PS4. Da könnt ihr euch einfach so runterladen. Auf Steam ist es 20 Tacken und es gibt Crossplay. Das heißt, wir können... Es gibt... Crossplay? Ja, PS4 und PC können gegeneinander spielen. Es ist nicht geteilt. Ja! Ach was! Das heißt, hier ist absolute Multiplay-Action angesagt. Und so habt ihr jetzt endlich eine Plattform, auf der Rocket League gespielt wird, die nicht scheiße ist. Haha! Mehr sage ich dazu jetzt mal nicht. Digga! Ich will nicht, dass du jetzt hier ein Tor machst. Aber ehrlich! Aber ich krieg's nicht geschissen! Ich mach jetzt... Ich mach dich! Ach du Mist-Sack! Das ist natürlich zugegeben sehr slow-pacing hier in 101, aber es ist wahnsinnig fordernd beim Spielen. Mehr chaotisch und actionreicher wird's dann noch... Nein! Ja! Ich will gerade die Spielregeln erklären. Du bist ja doof! Ich weiß! Wird's nachher natürlich, wenn wir im absoluten Multiplayer spielen. Bis zu 4 gegen 4 geht's hier und da geht's ordentlich ab. Ich glaub, wir waren vorhin pauslos nur am Schreien und am uns freuen. Meine Nachbarn, die werden bestimmt gleich hier klopfen. Eulass. Eulass! Eulass! Du Schwein! Baby! Nicht mit mir! Aber voll mit dir! Boah! Wär das geil gewesen, Mann! Pfosten! Gebt dir gleich einen Pfosten! BOOM! Nein! Shit! Ich krieg ihn nicht! Ich krieg ihn nicht! Alter, Alter! Das kann doch nicht sein! Wie kann man nur so Pech haben? Wie kann man nur so vom Pech verfolgen... Aua! So vom Pech verfolgt sein! Uah! Nein! Jetzt hab ich's aber auch langsam raus, ne? Ja. Okay, okay, okay. So nicht. Oh! Meinst du? Puh! Ja, und wenn man genügend Geschwindigkeit hat, ihr seht's, kann man sogar bis hoch an die Decke fahren. Obwohl's halt nicht ratsam ist, weil... An die Decke kann ich öfter fahren. Vor allem auf Arbeit! Da ist ja nichts! Da macht Spaß! Auf über Arbeit zu reden! Schwein! Es gibt keine Arbeit! Es gibt nur Zocken! Oh! Alter, was war das? Boom! Zerstört! Und, und, und! Ah! Das wär so cool gewesen! Ja! Aber Coolnessfaktor gibt's bei dir nicht! Nicht? Nö, nö! Wir reilen... Wir reilen, sag ich schon! Wir eisen! Mann! Alter! Verdammte Axt! Ich krieg den Scheiß! Ball nicht! So, erstmal weg hier! Nur noch eine Minute! Es steht gleich... Gleichstand! Das heißt, es wird wahnsinnig spannend! Sollte es beim Gleichstand bleiben, gibt's ein Sudden Death! Das nächste Tor das Feld gewinnt! Was eigentlich? Das nächste Feld das Tor gewinnt! Uuuh! Ich, ich, mach dich jetzt alle! Ist dir klar, ne? Ja, ja! Wuhuhuhu! Ich Trottelkick! Den Leuten... Den Leuten wird wahrscheinlich schon schlecht werden, vom ganzen Zugucken! Nein! Nein! Ach, Pudi! Nein! Das hab ich mich selber aus der Rollbahn gebracht, dich Arschloch! Vielen Dank! Noch 30 Sekunden! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Jetzt haben wir ein Problem! Jetzt haben wir ein Problem! Sicker! Oh! NIEMALS! 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 Oh God! Oh God! Oh God! Ball bleibt liegen! Ich kacke ab! 12 Sekunden to go! Wird er es schaffen? Wird er den Hattrick besiegen? Er kann nicht! Er wird nicht! Und er soll nicht! Okay, überspringt die Scheiß-Wiederholung, die war scheiße! Du bist dran! Ich bin geil! Jetzt, jetzt rollt's! Jetzt rollt's! Der Ball ist jetzt so drin! Der Ball ist rund! Bäm! Was war das denn? Wir sind beide gleichzeitig am Ball gelandet! Oh God! Oh God! Oh God! Die Murmel muss weg! Die Murmel muss weg! Die Murmel muss weg! Nein! Nein! Zu geil! Ich hasse es! Dafür habe ich einen Paladin-Schädel freigespielt! Schein! Ich habe einen Rekord-Karossi B! Das Replay speichern wir uns mal! Es gibt nämlich hier eine krasse Replay-Funktion, wo man im Nachhinein sämtliche Matches nochmal gucken kann! Da werde ich auch mal speichern und danach später was draus schnibbeln! Okay! So, jetzt machen wir mal Hauptmenü! Jetzt gehen wir mal hier in die Folgen! Jetzt gehen wir mal in die Folgen! Jetzt machen wir hier mal 3 gegen 3! 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 gleich? Äh, Chaos! Chaos! Also 4 gegen 4! Obwohl es folgend war! Leute, man spielt 5 Minuten! Jedes Match dauert nur 5 Minuten und man schwitzt wie ein Schwein! So, ich bin aber für Chaos, weil 3 gegen 3 fand ich besser! Ich finde vor allen Dingen meine schöne Deutschland-Fahne und meinen Hexenhut finde ich so super! Hast du auch die Deutschland-Fahne gesehen? Ich habe die Deutschland-Fahne! Soll doch jeder wissen, von was für einer Nationalität wir sind! Ich habe den dicken Buggy genommen und die Deutschland-Fahne! Fand ich gut! So! Suche läuft! Ich habe das Batmobil! Ich nenne es einfach Batmobil! Es sieht nämlich aus wie ein Batmobil! Es ist dieser große, lobische Kasten! Der gröhmische Kasten? Na, gegen das gegen was du gerade gefahren bist! Achso! Warte! Arsch! Habe ich nicht gesehen! Ich habe nur Augen für den Ball! So! Oh Gott Kinder! Ich bin fix und fertig! So wir sind in einer... Bei Nacht! Bei Nacht! Und auf geht's! Noch nicht! Noch nicht! Auf geht's! Zwei! Eins! Boom! Und! Hipp! Ah! Siehste auch rein! Ja, hat Koa was Gutes gemacht! Echt? Koa ist gut am ersten Ballkontakt kriegen! Lustigerweise! Und ja, ich finde es gut in der dritten Person von mir zu sprechen! So! Jetzt machen wir mal gucken! Nein! Oh! Oh mein Gott! Ich bin vorbeigesprungen! Ich bin ganz knapp vorbeigesprungen! Scheiße! 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 Vorhin hat man ein ziemlich ausgeglichenes Team! Das war echt geil! Ja! Er war bis zur letzten halben Minute 0-0 und der Ball wurde sich nur hin und her gereicht! Das war einwandfrei! Okay! Auf geht's! Schön! I love it! So! Ach du Schwein! Nein! What the fuck? Gott sei Dank! Oh Gott! Nein! Das war ein Eigentor! Ich habe es genau gesehen! Das war kein Eigentor? Das war ein Eigentor! Jetzt sehen wir es im Replay, der den Ball da reingedrückt hat! George Ash, 4 und 8, 94! Naja, der war ja blau! Und der muss ins Orangentor! Ach stimmt! Der ist ja blau! Gott! Ich war die ganze Zeit jetzt irgendwie auf blau! Du bist orange Junge! Ach du Crap! Und schon wieder erster Ballkontakt! Was mache ich denn anders als alle anderen jetzt mal? Ganz im Ernst! Ich habe keine Ahnung! Gib mich den Bulls, Digga! So! Oh! Klüpft der wieder hoch der Ball! Dammit! Nein! Oh! Der hat auch einen Windekreis, Alter! Wie ein Traktor! Yeah! Traktor! Ein Traktor! Was ist denn ein Traktor? Ein Traktor? Das ist ein amerikanischer Traktor! Ah, okay! Shit! Oho! 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 Ach Crap! Oho! Hier in zwei... Also für Anfänger quasi! Ach du Scheiße! Nein! Okay Leute! Jetzt muss aber was passieren! Befreiungsschlag! Sehr gut! Core! Und 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 und! Ach das gibt's ja nicht! Mann! Ich verfehle diese Drecksmurmel immer! Pfff! Huch! Autsch! Leider! Jawoll! Sehr gut! Los! Nein! Der Typ hat mich zerstört! Alter ihr werdet doch den Ball da jetzt reinbringen! Ich glaub... Ich glaub wohl meine Murmel brennt! Ich wess nicht... Will nicht wissen was mit deinen Murmeln ist, aber... So! Erstmal weggelenkt vom Tor! Ich lenke gleich! Leider nicht in die... Sehr gut, sehr gut, sehr gut! So! Komm jetzt! Was trippeln die denn da? Ja! Sehr gut, sehr gut! Ah! Nicht gut! Sehr gut zusammen! Sehr gut! Hey! 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 Nein! Ich hab ihn doch erwischt mit meinem Arsch! That's what she said! I get... Alter Leute! Nein! Oh! Das war Latte! Und das Spiel ist sehr einfach zu erlernen! Es hat ganz einfache Basic-Steuerungen! Aber der Tiefgang in der Herausforderung ist einfach sehr krass! Muss ich schon sagen! Vor allem, bis man mal den Dreh raus hat, den Ball verlässlich zu treffen und so! Ja! Die ganze Steuerung! Sieben andere Leute, die dasselbe versuchen wie man selbst! Das ist alles nichts so einfach! Jetzt haben wir uns gegenseitig... Jetzt haben wir uns geblockt und haben ein Tor kassiert! Drei zu null, Alter! Das darf nicht passieren! Weil du mir die Parade gefahren bist! Das darf einfach nicht passieren! So! Action! Okay! Jetzt gibt's ein Tor! Nein! Fuck! Das ist ja... Slider ist hinten... Er hat's verpasst! Oh Gott! Glatte! Fuck! Runter weggehüpft! Sehr gut! Befreiung! Ah! Ich hab wieder hier... So! Die Boost-Murmel einsammeln! Das ist einmal ein schönes Feature! Ja! Yes! Wow! Stinky! Sehr geiles Tor! Guckt's euch aus der Nähe an! Läuft! Guckt's euch aus der Nähe an! Man kann sogar während den Replays drehen und... Boah! Wie er sich dabei dreht! Das war ein Hack-Trick! Wie er sich dabei dreht! Um die eigene Achse! Und los geht's! Boom! Yes! Jawoll! Jawoll! Aber ein bisschen schräg! Bisschen schräg! Leider ein bisschen abgefälscht gewesen! Bisschen Soldat-Schwake! Ups! Schwake? Kennst du den Soldat-Schwake? Ich kenn nur den Swag! E! Jawoll! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Leck mich am Arsch! Habe ich gerade die Kontrolle über mein Fahrzeug verloren! Ich auch! Und... Alle drei, Alter! Scheiße! Nee jetzt! Oder? Ich hab noch den letzten... Wenigstens das das Scorching-Bombot zerstört! Ja! Ihr seht, es bleibt nicht viel Freiraum zum Kommentieren! Ihr müsst einfach zugucken und euch freuen, was für komische Geräusche wir machen! Für animalische! Nein! Ach! Jawoll! Nein! Fußball! Doch! Sehr gut! Läuft! Vorspiel! Vorspiel! Crap! Die werden's doch wohl nicht! Die werden doch wohl nicht! Alter, ich bin schwer an der Decke! Wir haben nur noch eine Minute übrig! Oh nein! Hohohoho! Crap! Stickart geklärt! Freihochschlag! 20 Punkte bekommen! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Nein! Ah! Der ist aus der Bahn geflogen! Yes! Drin! Yes! Jaha! Läuft! 40 Sekunden! Äh, 40 Sekunden! 2 Tore! 40 Sekunden, das kriegen wir hin! 40 Sekunden kriegen wir hin! Los! Klick! Okay! Ich wollt's halt genießen! Mano! Nein! Für die Zuschauer, wisst ihr? Die sehen ja hier bloß hastiges rumgewackelt mit der Kamera! Erster Ballkontakt! Wieder mal Ballkor! Fuck! Warum hab ich den? Ja! Perfekt! Und wer hat die Vorlage gemacht? Wer hat die Vorlage gemacht? Uh! Ah! Das leider war perfekt zur Stelle! Und hat trotzdem noch einen Boost! Absolut! So! Finde ich gut! Das sind ja sehr kurze Matches, ne? Ja! 5 Minuten immer wirst! Wow! Noch 30 Sekunden! Hardcore! Leg der vor! Leg der vor! Was passiert? Was passiert? Der Ball! Der Ball! Der Ball! Der Ball! Er geht! Mist! Kommt noch 18 Sekunden! Das müssen wir schaffen! Das müssen wir schaffen! Oh shit! Oh crap! Oh Gott! Leider! Nein! Nein! Fuck! Ärgerlich! Ärgerlich! Da ist nichts mehr zu holen! Lops! Aber dieses Team aus gegnerischen Spielern, die werden sich da einen Ast freuen! Die sind glaube ich sehr koordiniert und abgesprochen! Irgendwo auf der Welt gibt es gerade Leute, die richtig viel Spaß haben! Wie zum Beispiel hier! Crap! Manchmal habe ich aber auch so Aktionen drauf, da frage ich mich selber, warum hast du das jetzt getan? Aber das werdet ihr aus unseren Let's Plays kennen! Ja und da ist es auch schon zu Ende! 750 Erfahrungen! Uh! Ein neues Modell! Das nehme ich gleich mal! Einfach weil ich es kann! Spielen wir noch gleich gegen die weiter? Eins geht noch! Okay! Eins geht noch und dann machen wir einfach mal einen Cut! Und spielen für uns selber weiter! Okay! Ich habe irgendwie den ganzen Tag so auf so ein Spiel gewartet! Muss ich ganz ehrlich sagen! Weswegen? Ich habe es vorhin gesehen bei Angry Joe in der Review und habe mir gedacht, was? What the fuck? Was ist das denn? Sofort gekauft und es war halt der Kauf des Monats! Die verlassen uns alle! Die wollen nicht mit Hardcore und Stinky arbeiten! Das ist sehr schade! Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ist denn dein Auto? Ach da hinten! Jetzt sehe ich ein bisschen aus wie ein Matchbox-Auto irgendwie! Ja ne? Oh! Das Match ist abgebrochen! Ich habe voll geruf! Gehen wir ins Hauptmenü zurück und suchen ein neues oder? Oder wollen wir noch mal gegeneinander? Ich will ins Hauptmenü zurückkehren und ja suchst du dir aus! Überrasch uns! Überrasch uns was wir machen Stink! Wir können bloß hier das Mainmenü angucken und um unser Auto scrollen! Was anderes bleibt uns nicht übrig! Und in wenigen Sekunden liebe Freunde virtualer Zeitverschwendung werden wir überrascht! Die Suche läuft! Was hat Stinky vor? Was hat er vor? Was wird er tun? Was wird er machen? Was wird er sagen? Was wird er denken? Wir wissen es nicht! Und schreiben uns bitte in die Comments jetzt schon mal! Was denkt ihr über Rocket League? Was hat es euch hier beim zugucken gefallen? Es wird ein One on One! Werdet ihr es euch selber kaufen? Habt ihr es schon? Wollt ihr das nächste Mal mitspielen? Wollt ihr wenn wir Livestream mitspielen? Du mitspielen? Du mitspielen! Drück Scheiße! Drück Scheiße! Ich wollte Drück Scheiße sagen! Nein! Was ist das denn? Latte! Ich werd bekloppt! Ich hab mir vorbeigesprungen! That's what she said! Woo! Oh nein! Latte! Ich werd bekloppt! Komm schon! Und boom! Boom! Oh fuck! Voll daneben, junger Mann! Alter, was? Ich konnte ihn nicht abwehren! Danke! Hui! Shit! Komm her du! Komm her du! Nein! Bam! Ach, Mist ich! Du kleiner Drecksball! Ja, ist ein sehr kleiner Ball! Kann man leicht übersehen, den Ball! Uhuhuhuhu! Schnell, schnell, schnell! Los! Nein! Ich wollte ihn wegkicken! Ich hab ihn reingekickt! Alter, wenn ich hier auf meine Peaks gucke, in Audacity, ich übersteuere halt permanent! Alte Kacke, Mann! Ja! Guck dir ruhig deine Schmache auch ein bisschen an! Ja, ich muss ja studieren, wo mein Fehler liegt! Sonst kann ich ja nicht besser werden! Du mieses Stück Scheiße! Ja, was denn? Bist du irgendwie fetter als ich? Dass der Ball immer in deine Richtung zurückfliegt, oder wie? Wenn du deine Moves immer... Alter, fahr weiter! Bist du doch an sich? Besonders geil ist, wenn man dabei so eine Schraube macht, als wäre man der Skiller 3000! Ich will rum! Ich will in die andere Richtung! Ich will rum! Komm schon! Komm schon! Mist! Shit! Ich schwitze! Alter! Es ist so warm! Es ist so warm! Es ist unglaublich! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Fuck it! Ich habe mich selbst ins Tor katapultiert! Uhuhu! Oh crap! Oh crap! Das war eine Vorlage 9000! Die Vorlage 9000! Guckt euch das an! Ich will es gar nicht sehen! Guckt mal, wer da an der Seite rum springt wie ein Vertrottel! Da wird der fette Arsch! Einmal um 180 Grad gedreht und ab geht dann! Alter, jetzt bist du dran! Natürlich! Du musst erst mal zwei aufholen! Oh fuck it! Erster Ballkontakt! Oh 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 oh! Das wird eng, das wird eng! Aber! Nein! Oh du Schwein! So! Befreiungsschlag! 10 Points extra bekommen! Und! Bam! Jawoll! Das lief jetzt richtig scheiße! Das lief jetzt richtig scheiße! Das ist einfach nur Skill, mein Bester! Das ist Skill! Merkt ihr das? Das ist der Hattrick! Jetzt habe ich das erste Mal gerade überhaupt die Ballkamera angeschaltet! Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich mich so anstelle! Jetzt ist es soweit, Kind! Jetzt ist es soweit! Aha! Tschüss! Nein! Verdammt! Voll daneben ist trotzdem vorbei! Alter! Nicht mit mir! What? Keine Gewalt, Junge! Keine Gewalt! Das ist ja wohl ein Scherz! Junge! Kick da! Huch! Nein! Fuck! Und er trifft den Pfosten! Ah! Ja! Ich schieß da mit Absicht dran an den Pfosten! Ich schieß mit Absicht dran! Ja, ja! Der Pfosten gesellt sich zum Pfosten! Okay! Schweinebeckchen! Jawohl! So darf das hier nicht weitergehen! So darf das hier nicht weitergehen! Doch, doch, doch! Das gefällt mir schon sehr, sehr sehr! Das ist nicht daran, dass ich halt hier auch aufnehme! Wisst ihr? Ich nehme mir ja auf! Ich muss dich auf andere Sachen konzentrieren! Daran ist das! Nur daran! Ist klar! So, mein Bester! Fühle die Vernichtung 5 zu 0! 5 zu 0! Oh, vielleicht auch nicht! So, mein Hübscher! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Jetzt will ich meinst du den Ball! So! Komm zum Abi! Und! Erst hüpfen, dann springen! Äh, Gas geben! Und hier Boost und so! Jawoll! Vorlage! Ah! Shit! Ah! Nochmal gerettet! Super Befreiungsschlag! Aber wird dir nichts bringen! Alter! Jetzt komm mal der Ball! Bam! Und rumgetrippelt! Oh, ich war wieder zu schnell! Rumgetrippelt! Wegtrippeln! Mit dem Ball! Jetzt willst du dir mit auch umsexeln! Oh, doch! Weiß! Huch! Alter! Damit längst du mich ab! Ich strippel den Ball! Ich kicke den Ball! Ich schieße das vor! Oh! Rettung mit Heiligenschein, Alter! Ich hole mir den Ball! Ich visiere den Ball! Ich verliere! Huch! Huch! Alter! Wo du plötzlich herkommst, Mann! Plötzlich mal zu flippen! Steht er von links! Ich bin halt der Schatten, der die Nacht durchflattert! Huch! Bist du Batman? Nein! Ich bin Robin! Ich bin der mit den Strumpfhosen! Batman hat auch Strumpfhosen! Alter! Nee! Jetzt echt! Ich werd bekloppt! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich werd bekloppt! Eine Minute 18! Jetzt wird Stinky verlieren! Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen an dem er verliert! 5 zu 0! Schnupper schon mal ganz gewaltig annehmen! 6 zu 0! Du mieses! Du mieses! Das gibt's doch nicht! Finde ich gut! Also wenn ich gewinne, gefällt mir das Spiel! Oh und er trippelt! Was? Oh und er trippelt! Noch eine Minute! Du wirst den Ball niemals kriegen! Ah! Fuck it! Bam! Hihi! Okay! Steilvorlage! Und Anlauf nehmen! Alter! Verwalter! Oh nein! Hier gibt's halt... Nein, nein, nein! Mit Letzt-Tore gibt's hier nicht! Das kannst du vergessen! Komm schon! So! Der war gut! Wir können so einfach nicht verlieren! Wir können so einfach nicht verlieren! Yes! Nein! Was war das? Das war mein innerer Bruce Lee! Mein innerer Bruce Lee war das! Boooom! Ah! Fantastisch! Und jetzt kassierst du noch eins, damit du gleich noch mal richtig eins in die Sessel kriegst! Ja ja ja! Mach doch! Mach doch! Mach doch! Nicht mit mir Baby! Nicht mit mir! Ja! Never mess with Daddy Pooh! Okay! 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 Ach du Kacke! Ach du Kacke! Nein! Ach du kriegst die Tür nicht zu! Ah! Das ist so Drecksvieh! Du kriegst die Tür nicht zu! Ich kann doch nicht! Du kriegst die Tür nicht zu! Ah! Warum mach ich das? Wieso? Nein! 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 Kick! Ach! Shit! Ah! Shit! Seidenmattlackierung! Sehr geil! Backfire-Karosserie freigespielt! Okay liebe Leute! Ich würd sagen an der Stelle machen wir erstmal ne kurze Pause! Wir machen natürlich gleich weit! Warum haben wir eigentlich so beschissene Pings? Alter! Keine Ahnung! What the fuck! Wir sehen uns im nächsten Part! Rocket League! Was sagst du dazu, Sting? Äh! Puh! Hab ich Spaß dabei! Ja! Wir passen den Weg hoch! Wir könnten aber auch streamen! Naja! Machen wir beim nächsten Mal... ...ne mindre überhaupt! Wir nehmen gleich weiter auf! Und dann machen wir beim nächsten Mal streamen und alle können mitspielen! So machen wir das! Also.... Bis zum nächsten Mal... Bye! BINN CHY! Oh della Youokine! Bine Bine Binfl pouquinho! Untertitelung des ZDF, 2020